Die Seele von Manus, dem Vater des Abgrunds. Diese außergewöhnliche Seele ist eine Ansammlung reiner Menschlichkeit. Der alte Manus war einst ein Mensch, bis er seine Menschlichkeit verlor und zum Vater des Abgrunds wurde. Auch dann noch suchte er ewig nach seinem zerstörten Anhänger. Den Anhänger, den wir in der Zukunft gefunden haben. Hätten wir den vielleicht benutzen sollen unten? Ich würde erstmal ganz gerne mit dem Pilz reden oder halt zurück zur Prinzessin. Und da benutzen wir den Anhänger dann mal. Das sieht doch gut nach Pilze aus. Was hast du zu sagen, Pilz? Ich hab also eure Welt gerettet. Ich hab die Vergangenheit gerettet. Ich hab eine Prinzessin gerettet. Ich hab den übelsten Bösewicht überhaupt besiegt. Und ich krieg drei Pilze. Und den Pilz gibt es in der Zukunft gar nicht mehr. Also sie. Sie haben in der Zukunft ja nirgendwo gesehen. Ja. Okay. Und wir reisen jetzt in die Zukunft, indem wir einfach irgendwo anders uns hinzudeportieren. Das finde ich irgendwie nicht doof gelöst. Schlund des Abgrunds. Da. Ja. Wenn es... Ja genau. Das ist sehr gut. Hier würde ich nämlich jetzt ganz gerne... Menschlichkeit da... ...benutzen. Und in der menschlichen Gestalt einem mit dir sprechen. Vielleicht bringt das hier irgendwas anderes. Und wenn das nichts bringt, dann benutze ich vor ihr das Amulett. Falls man es denn benutzen kann. So. Jetzt weg. Und wo bist du? Ist doch arg dunkel hier. Und höchstwahrscheinlich ist sie gar nicht mehr da. Das heißt, es war wieder so eine Stelle, wo ich zu dem Zeitpunkt hätte wissen müssen, was man tun muss. Was ich aber nicht wusste. Das Spiel ist wirklich darauf ausgelegt, 10.000 Mal durchgespüßt werden. Ne. Also wenn sie hier noch irgendwo liegen würde, dann würde man eine Entfernung wenigstens zum kleinen Hügel sehen. Also, ne. So ein... Was sich vom Boden abhebt. Aber ich sehe hier nichts. Ich bin hier schon einmal im Kreis gelaufen. Ja. Okay. Damit ist das Add-on anscheinend durch. Ich weiß nicht, was ich mit der Seele von Manus genau anstellen kann. Wie bei allen Seelen. Ich nicht weiß, was man damit machen kann. Ich könnte jetzt zum Schmied gehen. Aber der kann mir nur zeigen, was man mit der Seele macht, wenn ich genau die richtige Waffe dabei im Inventar habe. Und auf Stufe 10. Also, mhm. Teleportieren. Wo gehen wir denn mal hin? Feuerbahn... Feuerbahn... Schnee. Steindrache? Was war der Steindrache? Ah, du... Aschesee. Mit der schönen Musik. Aber ne, zu dir will ich immer noch nicht beten. Ich folge Gwinnewehr. Und es gab jetzt noch einige Dinge, die man tun könnte. Aber ich will diese Dinge nicht tun. Ich will jetzt wissen, was hinter dem leuchtenden Tor ist. Das heißt, wir werden jetzt höchstwahrscheinlich das Spiel durchspielen. Teleportieren. Feuerbahn schreien. Ja. Denn ich bin viel zu gespannt, wie die Story zu Ende geht, in Anführungszeichen. Weil ich hatte ja schon in Dark Souls 2 reingeguckt. Und es soll recht viele Verbindungen zwischen den Spielen geben. Und es soll nicht gut enden. Mal gucken. Ja, dich haben wir die ganze Zeit ignoriert. Und ich werde dich auch weiter ignorieren. Weil Plyromantie fand ich halt nicht so toll. Und es gibt noch zigtausend Sachen, die man machen könnte. Habt ihr gesagt, ich bin zu neugierig. Also, schluck uns, Schlange. Wir haben vor, ein Gott zu werden. Reden. Liegt etwas Dringendes an. Och, ja. Könnte man so sagen. No. Feuerwandaltar. Das ist ja voll albern. Ja, okay. Also, wir haben die Herrscherseelen gesammelt. Wir haben uns aufgetragen. Und dieses Tor hat sich aufgetan. Und jetzt gehen wir einfach durch. Und da kommen schwarze Ritter. Die aber nicht wirklich da sind. Okay. Wow. Das sieht mal schick aus. Rufen der ersten Flamme. Hm. Ah, da unten sind Gegner. Und das sind wieder Gwins Ritter. Oder? Wow. Hey. Hey. Die... Du bist ganz schön stark. Aber du kannst immer noch nicht so gut mit Strafen umgehen. Boah. Boah. Also ich... Hm. Es gab da ein, zwei Sachen, die ich aus Prinzip nicht machen wollte. Weil sie halt viel zu häufig gespoilert wurden. Aber eventual brauche ich doch eine bessere Waffe. Okay. Einer weg. Normale Heilung. Das sind jetzt alles... Typen, die ich früher als Miniboss bezeichnet hätte. Ähnlich wie das Wildschwein und so weiter. Also die schwarzen Ritter von früher nur nochmal um zacken stärker. Und die bewachen jetzt ihren Herrn und Meister. Oder das Ding, was die Seelen des Herrn und Meistern hat. Wow. Das ist mal ein Schwert. Komm, hau. Ich will ausweichen. Oder so. Ah. Au. Beide gleich träge. Ding. Ding. Und nochmal. Oh, Loot. Schwert des Drachentöters. Das hört sich mal schick an. 220 hat unser Schlangenschwert. 220 hat das Drachentöterschwert. Benötigt 32 Stärke. 18 Geschicklichkeit. Dieses Großschwert, der durch Lordran wanderer schwarzen Ritter, kam gegen die Chaos-Dämonen zum Einsatz. Die weitausholende Bewegung, die das ganze Körpergewicht in den Angriff wirft, ist der größte der damaligen Feinde geschuldet. Ach nee, der größte der damaligen Feinde geschuldet. Okay. Aber 18 Geschicklichkeit bricht uns halt das Knick. Wie viele von euch kommen noch? Und gibt es hier noch irgendwelche Sachen, die man machen kann? Oder laufen wir jetzt einfach nur quasi auf einen Boss zu? Den vermeintlichen Endboss? Und erschlagen alle seine Schergen, die auf dem Weg stehen. Sieht ein bisschen danach aus. Wirklich viele... Abzweigungen sehe ich hier gar keine. Ja, auf einem schmalen Sims-Kämpfen, das ist eine super Idee. Guck mal, ja. Au. Kick. 2.000 Seelen. Und ja, ich habe recht viele Seelen dabei, die hätte ich eigentlich mal benutzen sollen. Aber ich denke, das Spiel ist wie gesagt gleich rum, also ist nicht so schlimm. Und man kann ja leider sein Charakter nicht importieren in den zweiten Teil. Ich bin wahrscheinlich auch etwas zu überpowert. Ich bin ganz davon abgesehen, dass es nicht kompatibel ist, aber ja. So, du hast eine Axt. Oh. Ding. Bye-bye. Was hast du? Ein Speer. Bald haben wir echt alle Waffengattungen durch. Ein Bogen fehlt noch. Oder eine Armbrust vielleicht. Oh, nicht. Mir fällt bei den Bögen gerade ein, dieser Zweier-Trupp an Bogenschützen. Au. Zweier-Trupp an Bögenschützen, wo wir hochlaufen müssten. Das war ziemlich garstig. Ich würde mich gerne heilen. Blauer Brocken. Oh, Nebelwand. Ja. Nur eine Heilung. Dahinter liegt es eventuell. Das Ende. Mit hoffentlich ein paar Antworten. Wobei, so wie ich das Spiegel kennt, wird es eher mehr Fragen aufwerfen. Aber gut, gucken wir mal. Aschefürst Gwinden. Er lebt also doch noch. Und wir müssen ihn umbringen. Seine Tochter hat ihn losgeschickt. Hat uns losgeschickt, ihn zu töten. Sehr charmant. Und du bist garstig. Oh. Ja, ja, ja. Ich treffe ihn nicht. Au. Das scheint knapp gewesen zu sein. Warte mal. Ich schaue mich erst mal nicht. Au. 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 Ich würde mich gerne heilen. Ne. Hm. Ach doch, ich habe ihm Schaden gemacht. Okay, dann habe ich das falsch gemerkt. Also ich hatte auf ihn eingeschlagen. Ich hatte keine Regung bei ihm gesehen. Aber unten an der Lebenspunktanzeige sieht man... Au. Teleportieren. Feuerbahnschein. Ja. Also er hat Schaden genommen. Ganz regulär. Er ist einfach nur ziemlich stark. Das heißt, wir werden unsere Ausrüstung dementsprechend anpassen müssen. Und hoffen, dass wir die Schlange jetzt nicht wieder wecken müssen. Ah, das ist echt doof hier mit dem... Hier ist falsch. Das ist echt doof mit dem... Ähm... Leuchtfeuer hier. Dass wir das nicht mehr nutzen können. Weil wir hätten eigentlich die Seele... Und zwar genau die Seele, die wir von Goldie bekommen... Irgendjemandem geben müssen, damit der Tod gerecht ist oder was auch immer. Und warum schläfst du schon wieder? Ich... Hab gerade Gwynn gesehen. Und bin dabei, ihn zu ersetzen. So wie du und Gwynn wäre das wollen. Kannst auch nicht schlafen. Teleportieren. Ja. 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 So, runter. Kann ich nicht hier? Ja. Okay. Wenn ich jetzt sterbe, müsste ich eigentlich hier auftauchen. Ich hoffe mal. So, nächste Frage. Sind die Ritter alle wieder da? Also es wäre nicht so schlimm. Es ging ja einigermaßen gut durch. Was wäre schon praktisch, wenn sie nicht da sind. Denn ich habe das Gefühl, ich werde noch ein, zweimal bei ihnen brauchen. Ah ja, Ritter sind wieder da. Okay, passen wir mal die Ausrüstung an. Was machst du? Ermöglich Abgrundschreiten. Ja gut, das brauchen wir nicht unbedingt. Ich glaube, ich benutze mal den hier. Verstärkt TP, Ausdauer und maximale Ausrüstungslast des Trägers. Ähm, nee. Das bringt mir direkt so nichts. Also ja, es bringt mir TP und, ne. Aber ich denke, entweder Flammenschutz gegen sein Schwert. Oder Ausdauerregination bringt mehr. Ja. Das war es eigentlich auch schon. Oh, warte. Wir könnten noch. Äh, hier. Moos weg. Komische Steine weg. Heimkirrknochen weg. Wir könnten hier noch eins von den Harzen nutzen. Goldharz zum Beispiel. Um damit eventuell mehr Schaden zu machen. Und jetzt nochmal ein bisschen. O-O-I-M-M-M-M-S-T-A-N-G-A-N-G-A-N-G-A-N-G-A-N-G-A-N-G-A-N-G-A-N-G.